hallo leute willkommen zu einer neuen folge von minecraft a terra 7 mit dabei ist minecrafty und wir gehen jetzt auf den server aufnahmen funktioniert okay wir sind gescheint wir sind was wollt ihr jetzt mit zombie moment santa lasst ihr kommt er folgt mir einfach ne ich hab auch noch ein stone sword mit schärfer 1 warte ja bitte er hat ja gerade noch so gefehlt das soll keiner bekommen oder hier war schon jemand nur ist dran vorbeigelaufen wie schon vor die tue ja cool ich lass ja nach vorne vor allem auch dieser sinn warum ist hier ist ein riesiges meer das heißt wir können wir könnten in das mehr und können wir könnten uns auch mit sander unterbauen aber wo ist denn jetzt hier irgendwie die Höhle wir brauchen ja noch bis wir brauchen ja auch wir haben es erst mal damit ja jetzt abgebaut ich glaube jetzt jemand war jemand war schon jemand nein sieht nicht so aus was auch die stürzte darunter geht ich glaube ich nicht habe nichts drauf und achtung und runter aber was ich mache es einfacher gute idee direkt nach unten ja wir brauchen ja alles andere unglaublich tief ich bin eben 17 17 das ist das für eine höhle und hier als ob das lapis alter als ob hier noch niemand war was ist das für eine das lapis what the fuck wie ist das hier hast du diamanten hey guck dir halt nur dieses system an hier ist lapis ok wir haben gewonnen gold 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 alter was ist das moin äh ich mache hier so alter was ist das das ist voll op jackpot bitches alter das ist so das ist eine schlucht und ein minensystem nebeneinander noch mehr laufe alter wollte ich mich verarschen also die schluchtige mine eine schluchtige mine ja alter also ihr könnt mir nicht erzählen dass sie niemand war das ist irgendwie komisch ne da wollte ich jetzt irgendwie battlemack oder so ja ich dachte ich ich glaube wir haben ein paar annäherungsprobleme ey hier äh hier redstone mitnehmen für ep ja 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 gamma hochgestellt und sieht man bei mir jetzt auch alles ja ich hab dir habt ihr auf 1000 prozent ist auch nicht verboten ich hab sie auf 10.000 gesteckt ich habe das auch nicht option da gemacht bei den app data bei den text da ja das wird auch gemacht unterstellt dann ist es so da kann es auch nicht mehr herstellen ich weiß das heißt du darfst du nicht ändern äh nehmen wir mal ein bisschen eisen mit ein bisschen aber nur ja ich gucke ein bisschen nach lapis und diamanten hat jeder mal was zu tun ja ich glaube wir brauchen bald eine neue dierspitz ich glaube wir brauchen einfach gar kein lapis mehr ja normalerweise findest du zu viel davon ne aber bei uns einer kommt da ja auch nicht aber Achtung ja ja wir sind nicht nicht zu lange ach die kennen wir ja noch ne der gerade auch in dem moment aufnehmen wollte ich glaube der kommt doch nicht ja gut dann hätten wir schon mal unsere berufung gefunden für die nächsten folgen vor allem hier wurden baum gefällt aber hier war einfach noch keiner drin ja das ist niemand hier ist auch hier schon wieder ein schacht drin jetzt schon wieder schacht alter ich muss erst noch wasser wollte nämlich flaxen jetzt kohle äh ich mache mir die lava aus ok hier hinten ist nichts mehr wo habe ich schon wieder seit fünf Minuten oh gott mein mausbild hat sich verrutscht nein ok alle die es wissen wollen ich bin bei einer wireless maus und ich habe meine batterie seit dem start nicht gewechselt obwohl ich das gefühl habe dass sie jede zeit leer sind ja 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 oder auch nicht 31 habe ich schon mal was hast du 31 äh Eisen achso äh redstone äh redstone blöcke machen äh äh alter redstone blöcke machen äh äh ja wahrscheinlich wollte ja alles mitgenommen außer dir äh ne alles mitgenommen außer alles außer alles mitgenommen außer ist gold und das gold wird von einem creeper gebracht hab mal gehört er macht wirklich keinen schaden governor da ist hof ist ich dachte ist niemand oh 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 ok das war ein skelett mit einer eisen rüste äh mit einer mit einer was mit einem eil das sind haufen ich hab das sind das das sind sechs als nächstes rüstung ganz deutlich ganz klipp und klare sache was sollen wir mit dir das machen außer rüstung und spitzhacken wert ist es nicht so wichtig in rüstung dios nein brauchst du nicht ich mein schwert brauchst du nicht das war ich du bist jetzt in anderen schluchten draußen ist es macht spaß hier zu fahren weggekommen ich habe kein pvp ich dachte das wäre gut der kümmer hat mir grad vier herzen gezogen alter ich habe scheiße die gefunden als ob wir nicht schon genug hätten woher wir gleich immer bleibt wir haben echt so manche verlieren wir ich habe gerade spaß daran alter ich habe jetzt ein hauen zeug ich habe acht dios das heißt wir brauchen noch drei wir sind bald schon mal eine brustplatte wie fast du denn noch okay wo bist du denn war gerade nicht einfach eigentlich gar nicht unbedingt alles wenn ich brauche nur dios und sowas dollar und labless beim also wahl kurz wenn wir brauchen spinn haben spinnbrett ich habe ich 14 das heißt 25 bögen das heißt ich habe 23 wir brauchen 32 für power 5 na das heißt jetzt schon mal genug dann brauchen wir noch feine das ist wichtig weil habe ich auch noch sechs und wie gesagt wir brauchen hühnchen und und flint und flint brauchen wir ja noch ja schon ein bisschen kiechen ja ich brauche ich kann zu viel ich suche ich habe jetzt schon wieder zwölf level was auch ich jetzt mal hier hoch in diese in diesem minen kram so behindert hat schon wieder falsch haben bekommen weil ich dachte du hast bekämpft den grauen da kommt auf einmal nicht rein gehen jetzt kommt wahrscheinlich ja ich komme auch in das minensystem da oben ich frage mich jetzt ob die ob die jetzt auch ich warten die noch drauf ja vielleicht waren sie darauf bis wir sind weil doch doch dort die kommen war folgen 4 folgen 4 wo ich will jetzt ich würde mich jetzt so abfeiern wenn die jetzt direkt nehmen jetzt noch mal zwei dios noch einen einen und noch einen wir das heißt aber im schacht system gefunden ja warte fack was ist das bei der dunkel hat er kein mail von der nun guten tach kommt der ist gez... hä? 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 was ist hier passiert? wurde er gekickt? wahrscheinlich ist er... wahrscheinlich weil er... ist er gestorben ja... wahrscheinlich wurde ihm eine spawn trap gemacht hä wir müssen zusammen treffen hier bin ich schon an der oberfläche ja ich komme zu dir ja ich bin hier in der anderen hier war ich ja schon okay ich habe ich habe die kiste mal eingesammelt hier ja eigentlich gibt es gar keinen sinn weil dann weiß ja jeder wo wir sind aber bitte kommen wir ja kommen wir rein gucken uns schon hier um bitte benutzt zum kämpfen gegen monstern irgendwie ein anderes schwer ich habe hier so ein rückschluss ein schwer junge du hast bei einherz gezogen das schon mal gut das heißt wir haben auch nicht mehr so viel zeit nur noch zwei minuten fällt mir schon wieder flint auf den köpfe ich habe eine enderperle zwei herzen wo bist du da war so ein schei wo bist du ich bin hier mit dem deaderwreck alter bitte wreck auf einmal stand so ein creeper direkt bei mir du hast jetzt bitte nicht sterben wo muss eigentlich drinnen einbauen scheiße scheiße warte komm mal rein komm mal rein komm mal rein ich möchte jetzt ich möchte jetzt nicht täuschen die letzten minuten die wir noch haben ich brauch noch einmal kannst du mir nichts mehr wie soll ich hier einmal schlagen ich habe sie im herzen jetzt wieder ok ich weiß mal mit dem verbrennungsschwert ok ich bin vergiftet betrachten sekunden ooooh nein 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 ich sterbe ja nicht durch die kacke ja wenn du kommst welchen mob was ist das denn hier wir waren wir schon beziehungsweise war ich schon unsere zeit hatte gleich vorbei sein also gleich 15 ähm wir müssen hier weiter eben 27 das ist mir zu hoch definitiv nein komm wir müssen jetzt hier diesen ein dir finden ne als andere mehr zu machen ja dankeschön also ich hier waren wir auch schon bis seit 15 minuten server oh gott hier gehe ich mal runter wir sind hier wieder in der schlucht ja bin ich warte ich komme zu dir ähm gehen wir mal hier rein ja nimm das noch mit löscht mal hier das wasser du löscht das wasser hier war ich schon hier war ich schon da habe ich auch mal lava gelöscht 30 ähm hier hast du so einen speziellen stein den brauchen wir hier hier bau dich einfach da rein ähm warte kurz ich muss irgendwas wegschmeißen so komm rin komm rin komm rin bau dich einmal da so so ja ok bau schnitt zu bau schnitt zu so ok ja können wir theoretisch jetzt runter 3 2 1 und raus ok leute wir haben jetzt sehr viel gefahren wir haben einen haufen lapis und damit denke ich mal dann jetzt mal dass wir jetzt genügend vorrat haben und uns also das nächste ziel ist eindeutig ein bogen und ein scherfen 5 schwert und ein herfen 5 schwert ok leute ich hoffe euch hat dieses video gefallen wenn ja können den daumen nach oben lassen wenn ihr das mal verpassen wollt abonniert nicht den kanal ne und falls ihr bei dem projektleiter vorbeischauen wollt der heißt nämlich squash auf youtube und in der info k danke tschüss tschüss Vielen Dank.